Herzlich willkommen zum Decommerz-Interview, Vlog und Podcast. Herzlich willkommen, Jens Plath, alter Münsterländer, jetzt Schweizer, lange in der Payment-Branche bekannt. Glaube ich, einer der Digitalisierungspioniere Payment Deutschland auf jeden Fall, jetzt in der Schweiz unterwegs. Jetzt, CMO bei Twint, musst du, glaube ich, gleich alles mal so ein bisschen erklären. Wir hatten gerade schon mal im Vorgespräch ganz kurz festgestellt, dass wir uns doch schon länger kennen, als ich es vermutet hatte. Und zwar noch, als ich für ePages unterwegs war und wir mal eine gemeinsame Veranstaltung mit Paypal hatten. Du als Ex-Paypal sozusagen warst da ja auch sehr, sehr viele Jahre unterwegs. Kannst du so ein bisschen was, bevor wir bei Twint einsteigen, so ein bisschen sagen, was du schon alles bei Paypal hinter dich gebracht hast? Ja.